Hallihallo Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Video, The Binding of Isaac. Wir haben heute Freitag, ich habe heute frei, das heißt ich werde mich heute Nachmittag dann auch dran setzen, dass ich morgen und übermorgen Prince of Persia hochladen werde, beziehungsweise Sonntag muss ich gucken, vielleicht werde ich Sonntag auch nochmal mehr aufnehmen. Das seht ihr aber dann. Ich würde sagen, wir legen direkt los und spielen heute zur Abwechslung Maria Cain und schauen mal, wie es losgeht. Es geht gut los, wie ich merke. Weil Polymorphos oder Polymephus, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Polydingsbums ist ziemlich geil. Vor allen Dingen, weil es einfach die Viecher hier auf den einfachen Leveln einfach nur tötet. Du bist tot. Und ich finde es persönlich sogar fast besser wie die, ähm, na, wie heißt es? Der Laserstrahl halt. Ich bin heute gerade nämlich noch ein wenig verwirrt. Ich war eben gerade im Kino, also, ähm, ich nehme das Ganze jetzt Donnerstagnacht auf, äh, war eben gerade noch im Kino bei James Bond. Und ich muss sagen, er gefällt mir super gut, also echt ein sehr, sehr guter Bond-Film. Äh, aber halt eben auch nur was für Leute, die Bond mögen, weil, oder halt eben Action mögen, weil, ja. Man kommt auch seine Kosten, auf jeden Fall. Hallo, kannst du bitte sterben? Dankeschön. Du da auch. Und hier haben wir auch direkt einen Meat Boy Cube. Vielleicht kriegen wir ja mal die Meat Boy zusammen, oder zumindest, äh, den kleinen Meat Boy, den großen, der ist eher selten zu sehen, sag ich mal. Aber, jo, genau. Schieß mir mal die Spinne einfach mitten in die Fresse. Noopsie, ich meine, total nett von dir. Was haben wir hier? Ein Bombsarkey, uff, Glück gehabt. Ja, das ist, okay. Es gibt bessere Items, aber es ist okay. Das sieht total bescheuert aus. Weil wir die Augenklappe trotzdem behalten, obwohl wir nur noch ein Auge haben. Deswegen, das sieht, äh, ganz schön strange aus. Jetzt vor allen Dingen dann auch noch mit dem Mundschutz. Hallo, kannst du bitte sterben? Dankeschön. Da haben wir auch wieder einen Schlüssel. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. Hier haben wir noch eine Bombe. Die Bombsarkeyspille, die halten wir uns jetzt erstmal lieber, weil Bomben sind doch immer mal wieder ganz gut. Und hier war der Secret Room. Der wurde sogar aufgesprengt und ich hab's nicht gesehen. Die Flammen haben nix für uns heute. Ja. Ähm, das hier ist jetzt ja mein 301. Video. Ich hoffe, euch hat, äh, mein League of Legends zur Abwechslung mal wieder gefallen. Ich denke, ich werde in nächster Zeit auch mal wieder ein bisschen mehr League of Legends Videos hochladen. Aber, ähm, muss ich halt schauen. Weil, da braucht man halt eben teilweise schon ein bisschen Zeit für. Gerade zum Aufnehmen und zum anderen will ich halt eben ja auch halbwegs abwechslungsreiche Matches liefern. Das heißt, immer denselben Champion, äh, wäre ein bisschen lame. Und, ähm, da ich momentan eh relativ viel Ranking Games spiele, denke ich mal, wird da bestimmt mal wieder was kommen. Weil ich halt momentan am Elo hochspielen bin. Oder im Endeffekt hab ich sie schon wirklich sehr, sehr gut hochgespielt inzwischen. Äh, wenn ich überlege, dass ich, glaube ich, mit den Elo-Hell-Videos, die ich mal angefangen hatte, aber leider nicht weitergemacht hab, weil ich einfach dafür dann zu viele Spiele gemacht hab. Ähm, ja. Bei 700 oder so war. Inzwischen bin ich bei 1100 jetzt in der neuen Saison. Und ich muss sagen, das gefällt mir eine ganze Ecke besser, von den Zahlen her. So, was sagt denn der Demon Room? Der Demon Room sagt Pakt und kleiner Bruder. Und beides ist zwar schön, aber will ich nicht. Auf geht's ab in die nächste Stage. Was haben wir hier? Wirmchen. Ich hasse Wirmchen. Du bist tot. Du, au, wow. Puh, das war knapp. Kannst du bitte sterben. Danke. Du, au, auch. Und an dich komm ich erst gar nicht dran. So. Euch mag ich überhaupt nicht, aber ihr seid relativ easy mit Polymorphos. Polymorphos. Ach, Polydix-Booms halt. Kannst du bitte auch sterben, Großer. Dankeschön. Noch mehr Seelenherzen. Mit 15 Münzen werden wir auch den Shop besuchen. Aber vorher gehe ich da nicht rein, weil da finde ich es einfach nur sinnlos. Weil die guten Sachen kosten halt eigentlich fast immer 15. Boom. Double Kill. So. Wo ist der Goldraum? Wo ist der gottverdammte Goldraum? Stirb. 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 Und da will ich tatsächlich dann nochmal eine Bombe für verschwenden. Und einen Secret Room finden. Auf mysteriöse Art und Weise. One Up. Oh, wie geil. Okay, also falls wir verkacken, wir haben nochmal ein Backup, könnte man sagen. Finde ich extrem gut, weil der One Up Pilschen habe ich echt selten bis jetzt gehabt. Möglich sogar sehr selten, um genau zu sein. Sterbt bitte. Einfach alle sterben. Sehr gut. Der Schnelle ist schon mal tot. Das war schon wieder ziemlich knapp, aber wir haben es überlebt. So. Was sagt die Karte? Die Karte sagt The Moon. Die bringt uns jetzt erstmal gar nichts. Dafür lasse ich die Bombs Arkeys-Pillen liegen, weil wir haben eh vier Bomben und vier Pillen. Von daher ist es wurscht. Und das hier ist jetzt nicht ganz so gut. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da noch einen zweiten Schuss rausbekomme. Aber umso besser. Dann überleben wir wenigstens. Oder hat mein Meat Boy Cube den erwischt? Das kann natürlich auch sein. Weil der macht auch ganz gut Schaden. So. Was haben wir hier? Wow. Das Ui-Jawort. Das macht, glaube ich, Damage runter. Egal. Wir nehmen es trotzdem mit. Falls es wirklich so war, dass es weniger Schaden macht, dann war es halt leider so. Büchertechnisch nehmen wir das doch auch gerade noch mit. Wenn es gratis ist, ist es gratis. Und was haben wir hier oben noch? Wir haben hier oben noch. Achso. Ja, gut. Wir können ja jetzt über Steine schießen. Sehr schön. Das Vieh ist instant tot. Ah, das war blöd. Warum mache ich es denn mir auch noch so dumm schwer, wenn ich es so einfach haben kann? Wenn ich treffen würde. Zurück zum Shop laufe ich jetzt nicht extra. Das ist mir zu blöd. Ist wahrscheinlich eh wieder nur Bullshit drin. Aber ich habe immer nur Scheiße im Shop. Aua. Das hat mir getan. Nö. Geh sterben. Und du auch. Hey, Fetty, komm her. Da ist eine Bombe. Und noch eine. Weil momentan können wir das machen. Wir haben genügend Bomben. in Rückstand, könnte man sagen. Und wir kriegen wieder Essen. Das sieht doch ganz gut aus. Wenn ich jetzt noch drei. Ich glaube, drei Stück waren es. Noch drei Essen bekomme. Das Spiel will mich aber heute auch ärgern. Das Mal. Aber nee, wir behalten die Leben. Wir behalten die Leben. Weil sonst geht es mir nämlich so wie letztes Mal. Dass ich wieder kurz beim Arm umkippe. Und dann bin ich wieder tot. Und das wollen wir alle nicht. Weil wir wollen ein gutes Video. Mit guten Content. Und guten Gegnern. Und gut vorankommen. Das war das Wort, was ich gerade. Während meinen tollen Umschreibungen gesucht habe. Ich stirbe in der Hölle. So. Mr. Boom. Oder wie der hieß. Nee. Doch. Mr. Boom hieß er, glaube ich. Oder? Ah nee. Bobby Bomb. Bobby Bomb war es. Nicht Mr. Boom. Mr. Boom war die große Bombe. Mr. Boom. Mr. Boom. Stirb. So. Was haben wir hier? Wir haben wieder ein paar weinende Fleischklumpen. Mit Spinnenspucker-Funktion diesmal. Keine Selbstmörder. Nicht so wie die Taliban. Bam. So. In den Shop gucken wir jetzt mal rein. Da ist die Map drin. Die Map. Die Map. Die Map. Will ich die Map? Die Map ist runtergesetzt. Wir kaufen die Map. Und wir kaufen uns auch noch das Seelenherz. Weil wir eh genügend Gold haben. Münzen. Gold. Wieso sage ich die ganze Zeit Gold? Ich spiele eindeutig zu viel LOL momentan. Autsch. Okay. Die sind kein One-Hit. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Boom. So. Das wäre dann auch erledigt. Benutzen wir das mal. Und kommen in den Secret Room. Der uns aber nicht wirklich viel bringt. Weil das Item, was hier drin liegt, ist der letzte Rotz, wie ich finde. Das lassen wir auch schön da. Na. So. Was haben wir hier? Oh, die Joker Card. Die benutzen wir aber erst im nächsten Abschnitt, würde ich sagen. Weil hier bringt die uns jetzt nicht mehr viel. Damit kommen wir direkt in den Himmels- oder Teufelsraum von der Stage. Aber da will ich jetzt ein... Will ich da? Ne, da will ich jetzt noch nicht hin. Oder will ich doch da hin. Wir sind Caves 2. Ne, wir warten auf Deaths. Wir warten auf die Diebs. Deaths. Keine Ahnung, wie mir so ausspricht. Ich will nämlich sehen, was es da gibt. Normalerweise umso tiefer, umso bessere Items. Habe ich zumindest so hin und wieder mal festgestört. Das war zu viele Gegner. Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Voll Gangster und so. Der ist tot. Kannst du bitte sterben. Jetzt. Bam. Ja, das brauchen wir nicht. Wir legen aber hier mal eine Bombe und gucken, was in der Kiste ist. Vielleicht rechnet sich's ja. Ja, doch. Ein Schlüssel gratis. Ist immer schön. Stirb, stirb. Das war los. Bam. Water Aim Shot. Was sagt denn die Arcade? Die Arcade sagt, wir sprengen erstmal das Lebensding in die Luft. Und die Arcade sagt, wir kriegen... Fliegen love, gib mir Fliegen... Nice. Die Fliegen lieben uns jetzt, weil wir einen Kack aufnahmen. Ist doch schön. Und wir kriegen sogar noch ein Gratis-Bombo, um den Spielautomat in die Luft zu jagen. Geld. Norm. So, perfekt. Ähm. Noch ein Spielautomat. Jagen wir auch in die Luft. Oh, und wir kriegen Cancer. Oh mein Gott. Das ist ja so gut. Das läuft gerade so schön. Das ist ja so gut. Vielen Dank.